Mit der Nationalparkbuslinie, welche simultan als Rollentuchsinformation dient, werden die Nationalparkeingänge an das ÖPNV-Netz angeschlossen. Das Projekt klimafreundliches Rollendes Infozentrum ermöglicht eine multimediale Erfahrbarkeit des Nationalparks sowie Werbung und Bildungszwecke gleichermaßen. Zentraler Effekt des Projektes ist die Einbindung der Nationalparkstädte und Gemeinden sowie touristische Anbieter in einem gemeinsamen und auch adaptierbaren Konzept. Aus meiner Sicht wäre es sehr sinnvoll, wenn wir darstellen könnten, dass mit dem öffentlichen Nahverkehr die Erschließung eines Nationalparkes nachhaltiger geschehen kann als mit dem Individualverkehr. Eine Verknüpfung von Radtouristik, Fußwandern als auch öffentlicher Nahverkehr kann der Nationalpark besser erlebbar machen für Einwohner und Touristen. Aus unserem Kenntnisstand heraus ist es wirklich innovativ. Es gibt bereits natürlich Nationalparkbuslinien auch in anderen Nationalparks. Die sind zum Teil mit Erdgas betrieben, aber wir haben einen wichtigen Unterschied. Einmal, dass wir wirklich rollende Informationszentren entwickeln wollen, also dass in den Bussen Informationen vergeben werden. Und der andere Punkt ist wirklich, dass wir über den Antrieb, über die Antriebsform eine absolute Klimaneutralität herstellen wollen. Und das wäre ein vollkommen neuartiges Angebot im bundesweiten Maßstab. Und wir hoffen damit auch wirklich einen Zuwachs an Besuchern zu haben, ein touristisches Angebot vorzuhalten, wo wirklich gerade wegen diesem Angebot auch Besucher extra hierher kommen.